Servus, grüß euch und hallo. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier auf etza.online. Heute wieder zu einem Sonderbeitrag. Er ist fertig, Leute. Er ist tatsächlich nach über einem Jahr fertig. Der angekündigte Showroom. Etza für dich eröffnet seine Pforten ab dem 6.11.23, Montags bis Freitags ab 16 Uhr oder nach Terminvereinbarung. Nur für euch. Für euch als Kunden, die etwas Individuelles, Handgemachtes und Abgecyceltes haben möchten. Für euch als Künstler, die eure Produkte bei uns verkaufen können. Oder auch für euch, die, die noch irgendwelche Secondhand-Produkte für Haus und Garten rumstehen haben und einfach das loswerden wollen, aber sich nicht drum kümmern wollen. Auch ihr. Ihr dürft hier auch verkaufen. Aber in allererster Linie möchten wir euch jetzt herzlich einladen. Kommt es erst einmal vorbei. Schaut es euch um in unserem kleinen, schluckeligen Showroom. Trinkt ein Schaler Kaffee mit uns. Ratscht on aus. Und wer genauere Fragen vorab haben möchte, ruft uns doch einfach an. Schreibt uns in die Kommentare. Oder schickt uns eine E-Mail. Wir freuen uns riesig auf euch. Bis ganz bald. Euer Etza für dich. Servus. Servus. Servus.